Die Sendung wird unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Spiecher-Handwerk.ch Grüezi miteinander und herzlich willkommen aus der Ausstellung der Last Swiss Holocaust Survivors. Im Zweiten Weltkrieg wurden 6 Millionen Juden umgebracht. Hier in der Ausstellung kann man den Weg nachverfolgen von Leuten, die überlebt haben und dann in die Schweiz gekommen sind. Insgesamt gibt es noch eine halbe Million Holocaust-überlebende weltweit. 86 davon sind in der Schweiz und 14 davon kann man hier in der Ausstellung anhand von Bildern begegnen. Das Ziel der Aussteller ist, die Erinnerung wachzubehalten und vor allem, dass sich diese Tragödie nie mehr wiederkommt. Die Ausstellung ist ab Mitte März in Aarau zu sehen. Einer, der diese Hölle überlebt hat, ist Bronislav Ehrlich. Ihn besuche ich heute in Bernbiet. Und mit dabei ist auch der reformierte Pfarrer Christoph Meister. Er setzt sich unter anderem für Holocaust-Überlebende ein. Zuerst aber eine Zusammenfassung aus dem Leben von Bronislav Ehrlich. Bronislav Ehrlich kommt 1923 in Warschau auf die Welt. Im Herbst 1939 überfallen die Nazis Polen. Als 16-Jähriger flüchtet er zusammen mit seiner Schwester mit dem Zug auf Ostpolen, der von der Russen besitzt war. Später kann der Bronislav Ehrlich dank einer gefälschten Geburtsurkund als polnischen Zwangsarbeiter bei einem Bauern in Deutschland arbeiten. Und überlebt also den Holocaust. Der Bronislav Ehrlich weiss bis heute nicht genau, wo seine Eltern und seine jüngeren Brüder ermordet worden sind. Entweder im Barschauer Ghetto oder im KZ Treblinka. 1945, mit 22, heiratet er seine Frau Anna. Sie gehen zurück auf Polen, dann auf Israel und später wieder auf Deutschland. 1961 wird Bronislav Ehrlich von einem Berner Unternehmen als Druckindustrie-Fachmann angeworben und zieht mit seiner Frau in die Schweiz. Heute ist er 94, seit 72 Jahren veriratet und hat zwei Kinder, fünf Enkel und zwei Urenkel. Und jetzt sind wir bei Bronislav Ehrlich. Willkommen in der Sendung. Danke, freut mich. Wir haben so einiges schon von der Ausstellung jetzt gesehen und ich war beeindruckt von diesem Zitat. Sie sagen da, wenn ich zu Bett gehe und das Licht ausmache, dann denke ich an meine Eltern und meinen kleinen Bruder, die alle ermordet wurden. Ich habe schlaflose Nächte. Eine Frau aus Bern meinte einst, ich solle Baldrian-Tropfen nehmen. Ich habe mir eine Flasche gekauft. Es nützt nichts. Herr Ehrlich, wenn Sie dann ins Bett gehen, das Licht ausmachen, was für Gedanken, was für Bilder sind meistens da? Ich denke daran, als meine Mutter mich und meine Schwester begleitet hat am 2. Dezember 1939, da waren die Deutschen schon zwei Monate in Warschau. Und ich denke an das Leid, an diese Sorge und an diese Verzweiflung und besonders, was sie zwei von ihren vier Kindern begleitet zum Bahnhof, die sich aufmachen, nach Ostpolen von der Sowjetarmee besetzt. Als einzige Rettung vor eventuellen Konsequenzen der deutschen Besatzung. Also die Mutter, die hat Sie und Ihre Schwester in den Zug gesetzt? Ich habe die gesehen, meine Mutter, wie die uns begleitet, wir setzen uns im Eisenbahnwagen und dann kommt ein deutscher Soldat rein und schreit mit voller Brust, alle Juden raus. Wir saßen mit meiner Schwester wie versteinert, berichten uns nicht vom Fleck. Plötzlich, der Soldat ist raus, niemand hat sich bewegt, der Zug fuhr an. Meine Mutter ging entlang des Greises in Fahrtrichtung des Zuges, begleitete uns, aber mit keinem Wink, mit keiner Handbewegung, um nicht aufzufallen, dass doch Juden da sind. Und ihre Augen sehe ich eben jede Nacht, wenn ich aufwache. Ihr schmerzerfüllte Augen, wo die Mama sich vorstellt, meine Kinder fahren weg, ob ich sie noch einmal sehen werde. War das wirklich das letzte Mal, als Sie sie gesehen haben? Das war das letzte Mal, als ich meine Mutter gesehen habe. Seitdem habe ich sie immer nur in meinen Gedanken, aber niemals mehr gesehen. Sie beide landeten dann im damaligen Ostpolen, das war von den Russen besetzt. Ihre Schwester wurde nach Sibirien gebracht und die Nazis kamen dann immer mehr rein, sind richtig eingefallen und sie mussten ja irgendwie durchkommen. Auch eine Existenzsicherung, sie sind dann bei einem Bauern untergekommen. Eines Tages war es so, dass die Juden sich alle im Lager versammeln mussten und sie mussten auch hin. Sie haben sich dann freiwillig gemeldet für eine Arbeit in der Stadt, sie mussten jüdische Wohnungen räumen. Und dann passierte etwas, so eine fast unglaubliche Wende. Sie beschreiben das sehr eindrücklich im Buch. Sie treffen in der Stadt zufällig den Schwager des Bauern. Wie ging es dann weiter? Der Schwager meines Bauern hat mich zu sich nach Hause eingeladen und überlegte, hör mal zu, ich gebe dir ein Dokument und versuche sich zu retten. Als Anwalt hat er verschiedene Kunden, die Dokumente hinterlassen bei ihm und da musste man eben grafische Eingriffe machen. Als eine Frau einen Mann machen, das kann man, nur jetzt auskratzen eine bestimmte Buchstabe. Buchstabe. Jedenfalls, man hat das herausmanipuliert, herausgekrasst und dazugegeben, was auf mich passte. Schlussendlich, mit diesem Dokument, habe ich dann gewagt, die Flucht vom Gefängnis, wo das Arbeitskommando untergebracht hat. Und Sie haben einiges erlebt auf dieser Flucht, was auch in Ihrem Buch beschrieben ist. Wie gesagt, wir haben leider nicht so viel Zeit, auf jedes ausführlich einzugehen. Zum Beispiel auch die Geschichte, finde ich so spannend, mit dem Bahnwärterhaus. Ja, unterwegs, ich war auf der Flucht und ich wusste nicht, wohin zu gehen überhaupt. Ich hatte kein Ziel vor mir. Und dann marschierte ich Richtung Westen, warum auf Westen, nach Osten kommt es nicht, da wäre es die Frontierer und so. Und da kamen mir entgegen zwei Frauen. Da fähigen sich in meine Richtung und hinter den Frauen zwei deutsche Soldaten mit Fahrrädern. Und die haben die Frauen anhalten wollen, weil vor zwei Tagen wurde, wie ich nachher erfahren habe, ein deutscher Zug von den Partisanen in der Luft gesprengt worden. Und da haben die Frauen angehalten, ich habe nach hinten geguckt, haben die wahrscheinlich die Papiere kontrolliert. Und nach ein paar Minuten höre ich ein Rauschen von Veloz. Die zwei Soldaten sind auf dem Veloz, weil mit der Frauen waren die fertig, haben da nichts Versächtiges gefunden. Haben sie mich angehalten und meinen Ausweis. Und da habe ich die falsche Urkunde gezeigt. Die kamen nicht klar damit, weil in einer Geburtsurkunde gibt das kein Foto. Wo ist ein Lichtbild? Foto, Lichtbild. Ich habe gesagt, dass ich kein Wort Deutsch verstehe. Ich verstand zwar, das sind seit nicht viel, aber die haben nicht gewusst, was mit mir anzufangen. Da fielten die mich in einem Eisenbahnwärterhäuschen, wo eine halbe Kompanie oder einige Soldaten stationiert waren. Und das war auch ein polnisches Mädchen, die dann wahrscheinlich Kaffee oder Mittag gekocht hat. Dann kamen die Offiziere daraus und die meldeten, was die mich aufgegriffen haben. Und da sagte ich kurz entschlossen, führte ihn ab zu der Gestapo in das Städtchen. Die werden schon aus ihm herauskriegen, wer er ist. Da haben Sie nicht gezittert, einen Moment lang? Überhaupt nicht. Okay. Das war absolut klar, weil ich musste riskieren. Alles war ein Risiko. Und das polnische Mädchen hat zugehört meiner Geschichte, weil er hat mich gefragt. Ich habe erzählt, ich fliegt von einem Lager aus Sibirien. Das war alles ausgedacht, ich musste das sagen. Wenn die mich gefragt hätten, wo wohnst du, da wäre ich verloren, weil ich wohnte nirgends mehr. Ich hatte kein Wohnhaus. Aber ich erzähle so ausgedachte Geschichten und die sind nicht mitgekommen, weil mein Deutsch war absolut unzureichend. Und da hörte das Mädchen, wie der Offizier sagt, führte ihn ab zu der Gestapo in das Städtchen Vallejo, die werden schon rausfielen. Und in diesem Moment, das Mädchen hat einfach mitgefühlt mit mir und meinem Schicksal. Die warf sich dem Offizier auf den Hals und sagt, Hans, lass ihn laufen, sein armer Junge, der geht nach Hause zu seinen Eltern. Und der Offizier hat scheinbar mit dem Charme das Mädchen erlegen und guckte mich an, das Mädchen gibt mir das Dokument zurück und sagt, geh. Da habe ich gestaunt, lass mich gehen. Aber ich hatte noch ein bisschen Freiheit und fragte ihn, als ich sah, dass er sich entfernt, fragte ich, Herr Offizier, wissen Sie nicht, wo ungefähr, wo da in der Gegend ein Hotel, das ich übernachten kann? Sie haben immer aus dem Moment heraus irgendetwas noch gemacht? Ach ja, mit Humor, mit Humor. Genau. Dass er als Spott und Haar war. Waren Sie schon immer so? Ich weiss nicht. Oder war das eine spezielle, halt speziell in der Situation? Das ist keine Schule. Irgendwie in bestimmten Momenten muss man sein Humor zum Geltung kommen lassen. Also von Tag zu Tag mussten Sie da schauen. Immer kombinieren und fantasieren und hoffen, dass der liebe Gott mir hilft. Auf der Flucht bekam Sie unverhofft eine Anstellung beim Bauern? Als ich das herrte, bin ich fast, ich konnte natürlich nicht zeigen, meine Freude und mein Glück. Es hat mir der Herrgott einen Hafen heruntergeschickt. Stellen Sie sich mal vor. Sie haben das nicht so gezeigt nach außen? Nein, überhaupt nicht. Da sage ich, nein, ich habe ganz gezittert, dass er mich nicht unterbringt. Ja, ja, ich verstehe. Da war wieder dieser schlaue Taktiker auch ein bisschen. Oder sage ich, nein, es ist sehr schön, dass Sie mir deine Arbeit anbieten, aber ich muss nach Hause. Es tut mir leid. Ich habe nur den lieben Gott gebetet, er soll nicht unterbrechen. Ja, ich habe Verständnis, also auf Wiedersehen. Und dann zwei ewig dauernden Sekunden oder drei Sekunden. Eigentlich, warum nicht? Könnte ich gerne bleiben. Verdiene ich auf den Mark und auf den weiteren Marsch nach Hause. Also Sie haben auch da wieder den Anschluss geschafft? Und schon fertig, da nimmt er mich an die Hand. Ich habe mich verabschiedet mit den Leuten, wo ich übernachtet habe, die Herren des Hauses. Und er führt mich natürlich nach Hause und dort wird aufgeteilt. Sachen, also wo man im Kriegszeit, kann man vergessen, das gibt es nicht. Natürlich Essen und Wurste und Fleisch und Speck und alles. Nicht unbedingt koscher, aber genügend. Und ja, auch selbst gebrannter Wodka. Okay. Das war ein Paradies plötzlich. Und dann führt mich der neue Bauer, Vincent Buchalski, steht alles im Buch, an seinen Schrank, Kleiderschrank, und sagt, öffnet die Türe und sagt, hier sind meine Kleider. Wenn du Sonntag in die Kirche willst, kannst du anziehen, was du willst. Gut, dass er mich nicht gefragt hat, ob ich den Katechismus könnte. Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, das wäre so fast eine Falle gewesen. Drei Monate später passierte dann nochmals etwas Interessantes. Durch die Urkunde, getarnt, also als polnischer Zwangsarbeiter, kamen Sie nach Deutschland auf einen Bauernhof. Bei diesem Bauernhof, wo ich schon offiziell als Pole war, drei Monate. Von dort bin ich geschickt worden nach Deutschland. Und von dort bin ich vom Arbeitsamt ganz legal mit einem Billett Richtung Halle, Leipzig, Gotha, in einem Zug gesetzt von den Mitarbeitern der Gemeinde. Und letztlich fuhr ich nach Deutschland, über Bromberg, Berlin. Das muss auch ein spezielles Gefühl gewesen sein. Ja, das war ein ganz gutes Gefühl. Deutschland war eine Rettung. Dort gibt es viel weniger Leute, die einen Juden erkennen können, als im Osteuropa. Dort erkennen einen Juden auf drei Kilometer gegen den Wind. Also die Deutschen nicht. Die Deutschen haben nach der Visage einen Juden nicht erkannt. Nach zwei Jahren waren Sie insgesamt in Deutschland auf diesem Bauernhof. Kam dieser 3. April 1945. Amerikanische Panzer kommen in Ihr Dorf. Der Krieg ist zu Ende, Stunde null. Ja. Und da bin ich mit dem Fahrrad nach Lange-Salze gefahren. Ich schaue auf einen Kasernehof, was die Soldaten so machen. Plötzlich kommt einer an mich zu. Möchtest du nicht bei uns eintreten? Mein Gott. Natürlich, bei den Bauern wollte ich nicht mehr arbeiten, bei den Deutschen. Nach Hause war er weit. Jedenfalls bin ich eingetreten. Man hat mich dort aufgenommen. Und ich war für die Küche zuständig. Ich wollte Sie noch kurz fragen. Sie wurden ja von den Amerikanern konfrontiert zum ersten Mal auch mit Bildern, Fotos vom KZ Buchenwald. Sie sahen zum ersten Mal, glaube ich, dieses Grauen, was da passiert war. Was haben Sie da für Erinnerungen? Ich habe mir gedacht, was ist mir erspart geblieben? Aber natürlich hat mich das erschüttert. Und dann kamen wieder die Gedanken, was für ein Schicksal hat meine Eltern und meine Brüderchen erfasst. Was haben die erlitten? 1961 kamen Sie in die Schweiz. Sie wurden von einem Berner Druckunternehmen angeworben und leben seitdem hier. Und was sie tun, ist wirklich ihre Stimme zu erheben, ihre Geschichte zu erzählen, gegen das Vergessen. Und auch einer, der sich gegen das Vergessen einsetzt, ist auf christlicher Seite der reformierte Pfarrer Christoph Meister. Er ist unter anderem Koorganisator vom Marsch des Lebens für Israel. Er macht Gedenkmarsch also und genau diese Funktion wie der Bronislav Ehrlich, der übrigens im Frühling 2017 auch bei so einem Gedenkmarsch dabei war. Herzlich willkommen, Christoph Meister, bei uns in der Sendung. Danke. Wir kennen uns schon. Jetzt, was hast du gedacht oder was hast du dich durchgegangen, wo du diesen Bericht jetzt nochmal gehört hast vom Bronislav Ehrlich? Das war vielleicht nicht das erste Mal, aber trotzdem, wie ist es bei dir angekommen? Ja, es ist für mich etwas, was ich immer wieder gehört habe, schon von ihm und auch von anderen Holocaust-Überlebenden. Und es ist einfach etwas, was mich motiviert, dass man das nicht vergessen darf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die ganzen negativen Geschichten des Holocaust, dass die nicht vergessen gehen in der ganzen europäischen Kultur. Und ganz besonders auch unter den Christen. Dass man sich an diese Sachen erinnert, weil das hat ein enormes Gewicht in der europäischen Geschichte. Und wenn man das verdrängt, weil es leider oft passiert, dann ist die Gefahr, dass es sich wiederholt. Christen und Juden machen ja zusammen bei dieser Märche mit. Genau. Was passiert dort genau, also ausser, dass marschiert wird? Es geht eben darum, dass wir erinnern, dass wir jetzt in Basel, ich habe den Basler-Marsch angefangen und das ist jetzt der dritte, den wir dieses Jahr vorbereitet. Und da geht es uns darum, auch diese Orte in Basel zu thematisieren, wo Juden in der Geschichte verfolgt worden sind, aber auch gerade in der Nazizeit. Also wo Juden reinkommen sind und manche sind wieder herausgestellt worden und sind in der Gaskammer gelandet. Andere haben das Glück gehabt, dass sie bleiben konnten. Also da gibt es sehr viel Verschiedenes. Jetzt versöhnen ist euch ganz wichtig, oder diese Geschichte. Der Holocaust ist jetzt über 70 Jahre her. Wer soll sich denn jetzt mit wem versöhnen? Für mich ist ganz wichtig, dass wir an diesen Märchen mit den Juden zusammen, dass sie einerseits merken, dass wir zu ihnen stehen. Und da ist so wichtig, dass wir auch mit den Juden in unserem Land in eine gute, blöde, herzliche Beziehung kommen. Und da habe ich mit Bronislaw Ehrlich erlebt und da habe ich auch mit anderen Holocaust-Überlebenden in der Schweiz, aber auch in Israel erlebt, dass es sehr viele gibt, die eigentlich sehr dankbar sind, wenn die Beziehung kommt von uns Christen. Die sind nicht einmal aggressiv auf uns, obwohl sie wissen, was alles im Namen des Kreuz schrecklich passiert ist, der Juden gegenüber. Jetzt trotzdem die Frage, Christoph Meister, warum soll man sich so stark immer mit diesen negativen Sachen beschäftigen, mit den Erinnerungen und jetzt gibt es doch Leute, die sagen, Schuldgefühle noch immer führern zu holen, soll man nicht einfach einmal, es ist schlimm gewesen, aber vor allem nach vorne schauen. Was sagt denn der Theologe auch dazu? Ich denke, Schuldgefühle sind nicht immer Schuld. Und Schuld kann man auch anschauen, ohne jetzt einfach Schuldgefühle zu haben. Man kann sie objektiv sehen. Aber wenn so Schuldsachen nicht vergeben werden, dann wirken sie weiter, auch in den Nachkommenschaften. Das kann man auch psychologisch ganz gut nachweisen. Ich glaube, Vergebung ist etwas, was man bei Gott bekommen kann. Man kann es auch von Menschen bekommen, dort, wo es direkt ist. Aber Versöhnung ist ja noch mehr. Versöhnung braucht wie beide Seiten. Und da glaube ich, das ist etwas ganz Wichtiges zwischen der Christenheit und den Juden. Weil die Juden haben sehr viel gelitten in der ganzen Geschichte und leiden heute wieder durch, dass viele Christen dem Staat Israel gegenüber nicht sehr positiv eingestellt sind. Wenn ich das noch einwählen darf, heisst aber nicht unbedingt, dass man alles, was in Israel politisch, beispielsweise passiert, einfach durchwinkt und gut findet. Das heisst durchaus auch eine kritische Begleitung, auch wenn man den Gedankengang hat. Das ist von mir aus gesehen klar. Das sind zwei andere Ebenen. Politik ist eine andere Ebene, weder eine biblisch-geistliche Sicht. Das muss man sehen. Aber ich glaube, dass uns als Christen nicht der Auftrag gegeben ist, vor allem auch noch zu kritisieren. Das machen schon sehr viele andere, dauernd an diesem Staat und an dieser Politik zu kritisieren. Sondern ich glaube, unsere Aufgabe ist, einmal wirklich umzukehren von einer vor allem kritischen Sicht, auch wenn wir diese Sachen auch sehen. Das ist kein Gottes Staat. Ich glaube, unsere Aufgabe ist, solidarisch zu werden und zu dem Volk steht dort dick und dünn. Bravo. Absolut. Wie haben Sie das selber erlebt? Diese Gedenkmärsche zum Beispiel, Sie waren auf dem Marktplatz in Basel, haben da Ihre Geschichte erzählt. Wenn Christen solche Märsche veranstalten, finden Sie das wichtig? Ich finde das außerordentlich wichtig. Es geht gar nicht darum, immer vor den Leuten vor den Augen das Reiben, das Leid. Man muss daraus lernen. Und man muss die Schlüsse aufziehen. Und Schuldgefühle, mein Gott, das, was die Schande, die Hitler über Deutschland gebracht hat, die ist nicht übertragbar auf das heutige Deutschland. Weil Deutschland ist Mitglied der EU, ein Mitglied der Völkerfamilie. Aber, und was ich letztens merke, und das erfüllt mich mit sehr großer Freude und Stolz, seit einigen Jahrzehnten hört man von der rämisch-katholischen Kirche, überhaupt von der Christenseite, solche Signale wie, Johannes Paul II., der polnische Papst, hat in die Welt gesetzt Ausdrücke, die man schon seit Jahrhundert erheben hätte sollen. Da sagt er, die Juden sind die ältere Brüder der Christen. Und im rämisch-katholischen Fahrblatt Nummer 20 vom 9. Mai 2015 habe ich wunderbare Worte gelesen. Ich zitiere, die rämisch-katholische Kirche hat ihre Stellung zum Judentum total revidiert. Antisemitismus ist Sinde. Das sind doch fantastische Worte. Spüren Sie antisemitische Tendenzen in Ihrem Alltag? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht ausgeprägt. Ich kann nicht sagen, dass ich solche Tendenzen verspiere. Ich habe keine Beweise, keine Vorfälle dieser Art. Und ich glaube, die Welt läuft so ab und das ist oberflächlich wahrscheinlich. Weil, dass man heute Neonazisten antrifft, überall in Europa, und allgemein herrscht die Meinung, dass der Antisemitismus ein bisschen wieder im Wachsen ist, da habe ich schreckliches Bedenken, was da geschieht. Dass ich selbst das nicht verspiere, das heisst noch lange nicht, dass er nicht existiert. Christoph Meistern, zurück zu den Märchen. Was bewirken die, was haben die in der Öffentlichkeit für Reaktionen ausgelöst? Sie bewirken, ich kann da nicht alles überlegen. Sie haben auf jeden Fall in unserer Beziehung zu den Juden in Basel etwas ausgelöst. Ich habe zum Beispiel mit dem Kantor der jüdischen Gemeinde, also das ist der Vorsänger, der hat mich angefragt, ob er mitmacht. Auch der Rabbiner hat mitgemacht das letzte Jahr und wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder mitmachen. Da sind wir noch nicht überall durch. Und der Kantor ist zuerst sehr zurückhaltend bis vorsichtig ablehnend gewesen. Und nach dem Märchen, er hat dann gesungen, der El Male Rachamim, das ist ein Gebet mit Inbrunst, hat er dann gesungen auf dem Münsterplatz. Und nachher ist er mit seiner Frau, habe ich ihn noch einmal getroffen, und er hat gesagt, wir sind jetzt schon 30 Jahre in Basel, aber so etwas haben wir noch nie erlebt von der Seite der Christen. So etwas, wo Liebe uns gegenüber und Akzeptanz ausstrahlt, wo auch Buss zu tun wird für Sachen, die gegen die Juden gelaufen sind. Und das wäre für mich Allah schon genug gewesen, wenn der Mann schnubbt, der meint der Mann so viel tief ist im Herz und bis ihn er vorher ausgelöst hat. Jetzt am Schluss die grosse Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was können wir tun, ganz praktisch, oder was macht ihr, damit sich so etwas Schreckliches, was wir gehört haben, auch aus ihrem Leben nicht mehr wiederholt? Was kann getan werden? In der Familie, in der Schule, in den Medien und vor allem in den christlichen Kirchen. Da muss man viel machen, man muss Aufklärung machen und man muss sich treffen auf der Basis, wie der Abraham als Urvater von allen drei Religionen sind, soll man eben die Vertreter, also auf der höchsten Ebene Vertreter zusammenbringen, die Einfluss haben auf ihre Völker. Das kann doch nicht sein, dass dieser geistige Führer ungehört bleiben. Es nutzt doch nicht, jeden Sonntag eine Messe abhalten, nach Lukas oder Matthäus, oder wie die alle heißen, und man geht nach Hause, man isst ein gutes Mittag, tritt mal Bier. Man muss das jeden Tag mit den Leuten sprechen. Und nach jeder Messe muss man vielleicht ein paar Minuten Aufklärungsarbeit leisten, wie das jetzt geschieht. auch eben, wie du sagst, unterstreichen die gleiche Wurzel. Wenn die Juden die älteren Brüder der Christen sind, Brüder mordet man doch nicht, Gott, Fritz. Christoph Meister, Bronislauf Ehrlich, danke vielmals für den anregenden Impuls, die Geschichte, die grossartig ist. Ich hoffe, Sie haben noch lange Gelegenheit, diese zu erzählen. Alles Gute auch Ihnen persönlich. Danke vielmals. Dankeschön. Hat uns gefreut, dabei zu sein. Also, Bronislauf, sagen wir uns auch du, he? Ja. Wie ich mir vorhin schon anfangen, du zu sagen, das ist ein gutes Zeichen. Das ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Bronislauf Ehrlich, Christoph Meister, danke vielmals für das Gespräch. Wenn Sie Fragen geben, wenn Sie Anregungen geben, Sie können schreiben, erf-medien, Fenster zum Sonntag, 83.30 Uhr in Pfeffingen. Oder ein E-Mail an tv-at-erf.ch Danke, dass Sie dabei waren. Merci für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Die Sendung wurde unterstützt von Speicher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Speicher-Handwerk.ch